Veröffentlicht am Donnerstag, 5. Oktober 2017 um 6 Uhr Von Laurent Schmid Als Amazon Anfang der 2000er Jahre nach einem europäischen Hauptsitz suchte, wollten mehrere Regierungen den aufstrebenden Online-Händler zu sich ins Land holen. Auch Luxemburg wollte es, aber zu sehr. So sieht es zumindest die EU-Kommission in ihrer gestrigen Entscheidung. Luxemburg habe Amazon einen unerlaubten Steuervorteil von rund 250 Millionen Euro gewährt, urteilte die EU-Kommission nach einer dreijährigen Untersuchung.